Hey, Sora! Ich habe einen Tipp für dich! Das Bistro wurde freigeschaltet. Du kannst jetzt direkt von dieser Weltkarte aus das Bistro des Kleidkochs besuchen. Denke daran, dass du zum Kochen erst genügend Zutaten benötigst. Der Gummiladen wurde freigeschaltet. Im Gummiladen kannst du Teile kaufen, die du zum Bauen deines eigenen Jets nutzen kannst. Ja, nachdem du im Menü Aufbrechen ausgewählt hast, wählst du ein Reiseziel auf der Karte aus. Und wenn du möchtest, kannst du Viereck drücken, um irgendwo eine Wegmarke zu setzen. Du siehst die Position der Wegmarke während des Flugs und kannst sie zur Navigation nutzen. Bis gleich! Schatzwehre. Aha. Naja. Oh, Lüge, da waren wir ja schon. Wegpunkt SLP02. What? Viel zur Kiste! Können wir noch zur Auswahl? Twilight Town, noch ein Leben. Wegpunkt SLP01, Königreich von Corona. Auf der Corona! Ähm. Deine Flugreise beginnen, du fliegst von hier aus los. Twilight Town, ja. Auf, auf! Corona, willkommen! Willkommen. Whee! Binä nicht hier. Lüge zum Kuhner, auch ein Baby. Okay. Oh, wow. Weeeeee! Ow! Oh, wow. Das ist das. Das ist das. Ja! 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 Oh, okay. Missed her. Incoming! Weeeeee! Oh! 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 Was ist das? Ja! 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 Alter, wie viele Lebenspunkte hat das Ding denn? Ja! 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 Okay. Okay. I shot that. I need him. Oh. Pitch-pitch! Oh! 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 Oh. Hey! Give it up! Oh! Oh! Ah! Oh! 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 Das könnte ja noch ein bisschen dauern! In dieser Kampf hört eine Weile dauert! Ja! Wer von euch hat das Ding geschworen, hä? Ah! Ah! Fuck! Ah, fuck! Mist! Menno! Hört mich! Was? Die Hälfte, oder so. Ich finde, oder so trifft's ganz gut. Was? Justus. Bis zum nächsten Mal. N Documentation. Entspanieren Sie den Krusten. Schau! Das ist etwas, was ein Kind. Es ist eine Initiative. Was? Sie ist sehr auf den Weg. Wie gehen Sie sich auf den Weg. Okay. Ich glaube nicht mehr. Äh wow! Oh! 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 Das ist ein ansteigender Kampf. Oh! 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 Oh, gut schweig! Oh, gut schweig! Oh! Oh! Fine! Fine! Oh! Das ist doch ein Mist-Ding! Ich geb's auf! Ja! Ich will aber trotzdem da hin! Ja! Boah! Jaha! Quintel sollst du ein Schiff leveln passen? Vielleicht soll ich hier einfach ein neues bauen! Weeeee! 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 Weeee! Eine, eine, eine! Kaputt! Störe! Wuhu! Uäh! Das ist nicht kaputt. Das liegt noch! Au! Ich mag die Störung. Störe! 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 Toten sieht's doch fast nicht schutz! Geht doch! Ich will das nicht! Tschüss! Haha! Elfasta! Da, ich kann Corona sehen! London! Die Blätter dieser Bäume scheinen unausgesprochene Worte zu flüstern. Unausgesprochene Gefühle. Zora, jetzt bin ich an der Reihe, für dich zu kämpfen. Kairi, Lea, Axel, der geheime Wald, Training. Laden! Laden! Können wir jetzt ausmachen. Warum kann ich nicht außerhalb gehen? Die Außenwelt ist ein gefährliches Ort. Du musst hier sein, wo du sicher bist. Du verstehst, Flower? Die Außenwelt ist ein gefährliches Ort. Das, was du den Dienstag länger gemacht hast, machst du heute kürzer? Genau! Ich muss mich doch an die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitszeiten halten. Da lacht jemand neben mir. Ein paar zeigenden Beziehungen. Das ist kein vieles Tolleson. Ich würde dich für dich haben. Ich würde dich für dich halten lassen. Und ich würde dich für dich nehmen. Ich würde mich für dich nehmen. Ich bin jetzt nur knapp ne Stunde, zuzüglich diverser Videosequenzen. Also wieder bis elf. Aber diesmal verhungere ich nicht bei den Videosequenzen. Mach weg! Mach weg! Mach weg! Hey! Hartley! Ich bin jetzt nicht mehr. Was? Ja, was? Was ist das? I guess my mom's on my head. Oh my god. Zielhübig noch. Oh, ich habe das Gefühl, dass ich es nicht weiß. Oh, ich bin so schlimm. 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 Fuggy Vapaa Ehhhhhhh Schu Ja, wo ist okay Habageee! Sind da noch welche? Wir können... Achtung! Schädig! Stopp! Oh, Erogelehrten! Hä, du hast doch gesagt, er soll abhauen! Huh? Jaaaa, auf zu Pascal! Wer ist die Kiste öffnen? Hä, ne Karte! Zutaten? Spotteling zum Beispiel? Zutaten! 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 Zutaten!